Der EKD-Chef Schneider war heute beim Papst. Es ist eine Begegnung gewesen, die sich vielleicht wie folgt kennzeichnen lässt. Wir haben uns nicht nur intellektuell ausgetauscht, sondern es war wirklich ein Austausch von Herz zu Herz. Als ein Austausch von Herz zu Herz, so beschreibt also der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider sein erstes Zusammentreffen mit Papst Franziskus heute im Vatikan. Nach dem Treffen erwartet Schneider Fortschritte im ökumenischen Gespräch. Im Interview mit Radio Vatikan sagte er. Papst Franziskus hat deutlich unterstrichen, wie wichtig es ist, dass wir als Kirchen den Weg des Glaubenszeugnisses in dieser Welt gemeinsam gehen. Ihm war wichtig, deutlich zu machen, dass für uns beide bei allen eigenen Identitäten aber Christus in der Mitte steht. Das Treffen war übrigens die erste Privataudienz für einen deutschen Besucher bei dem neu gewählten Papst in Rom. Daran hatte auch Schneiders Ehefrau Anne teilgenommen. Die viertägige Rom-Visite einer EKD-Delegation unter Leitung des Ratsvorsitzenden geht morgen zu Ende. Von meiner Seite aus habe ich deutlich gemacht, dass die Kirchen der Reformation ihm zunächst einmal Beglück wünschen, aber ihm auch Kraft wünschen, um alle Anforderungen dieses Amtes zu bewältigen. Etwa eine halbe Stunde dauerte das Gespräch. Konkrete Fragen wie das gemeinsame Abendmahl seien aber nicht angesprochen worden. Schneider lud dem Papst jedoch ein, das Reformationsjubiläum 2017 mitzufeiern, mit dem die Protestanten an ihren Ursprung vor 500 Jahren erinnern. Es soll nicht der Held Martin Luther in dem Vordergrund stehen, obwohl wir Luther dankbar sind dafür, dass er den Anstoß gegeben hat. Diese Dankbarkeit und Freude kommen zum Ausdruck. Aber wofür hat er einen Anstoß gegeben? Nämlich Umkehr zu Christus. Es soll also inhaltlich ein Christusfest werden. Und da konnte ich nur sagen, das kann jeder Christenmensch und deshalb auch hier in Rom die Christenheit mitfeiern. So der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider. Gegen Ende der Begegnung hätten der Papst und er sich gegenseitig als Bruder bezeichnet und gemeinsam das Vaterunser gebetet. Gegen Ende der Begegnung